Seid mir gegrüßt meine lieben Nakama zu One Piece Talk und Theorien. Diesmal geht es um Imu, Imsama, seine oder besser gesagt ihre wahre Identität. Dass Imu eine Frau sein könnte, diese Theorie ist nicht gerade neu. Doch nach Kapitel 1084 bin ich mir ziemlich sicher, dass es eintreffen wird. Und wir gehen sogar noch einen Schritt weiter. Ich glaube, dass in diesem Kapitel die wahre Identität von Imusama enthüllt wurde. Und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter und sage, dass es ein Foreshadowing bereits in Kapitel 906, dem ersten Auftreten von Imusama im One Piece Manga seitens Eichiro Oda gab. Denn es gibt dort eine sehr interessante, signifikante Änderung im One Piece Manga von Eichiro Oda. Und diesen Trick hat er vorher auch schon einmal verwendet für auch ein ebenfalls großes Ereignis in One Piece. Doch beginnen wir am Anfang, beginnen wir mit Kapitel 1084 und die Informationen, die wir dort drin bekommen. Habt ihr dieses Kapitel noch nicht gelesen, dann solltet ihr das zuerst tun und dann hier wieder an dieser Stelle einsteigen, um euch meine Theorie anzuhören. Ihr seid vorgewarnt, jetzt kommen die Informationen aus Kapitel 1084. Dort bekommen wir die große Audienz zwischen Nefeltari Cobra, der Familienname wird richtig wichtig werden, deswegen merkt euch diesen schon einmal, und den Gorosei, den fünf Ältesten aus der Weltregierung. Dachten wir doch lange, er möchte sie nach den Porno-Glyphen befragen und wurde deshalb umgebracht. So fragt er hier eine komplett andere Sache und zwar zur Gründung der Weltregierung. Vor 800 Jahren wurde die Weltregierung gegründet von 20 Königsfamilien. Es wurde der leere Drohn erbaut, wo diese 20 Königsfamilien ihre Waffen in den Stein gerammt haben, als Symbol dafür, dass diese 20 Königsfamilien als jetzige Tenryubitu alle den gleichen Status haben, den gleichen Stand. Keiner sollte sich als Diktator über diese Königsfamilien erheben können. Wir wissen natürlich in der Welt von One Piece, dass es jemanden gibt, nämlich Imu, der geheimnisvolle König, der über der Weltregierung steht und sie höchstwahrscheinlich aus den Schatten heraus lenkt. Dadurch wurden die Gründungsmitglieder der Weltregierung zu den Erschaffern der Welt. Den Titel finde ich immer noch sehr interessant, hat aber jetzt mit dem Rest des Videos nichts zu tun. Wir wissen auch, dass von diesen 20 Königsfamilien nur 19 Königsfamilien zu Tenryubitu wurden. Wir bekommen weitere Informationen, dass die jeweils ein eigenes Königreich hatten, da aber den Drohn abgegeben haben und ihre Namen aus den Geschichtsbüchern gestrichen wurden. Die aus dem leeren Jahrhundert sowieso, aber auch danach gab es keine Aufzeichnungen mehr. Das bekannteste Beispiel ist eigentlich Dressrosa und ursprünglich war das ja der Königsfamilie, der Don Quixote-Familie zugesprochen, aber die in Dressrosa wussten das nicht mehr. King Rico Doldo wusste das natürlich schon, weil er der gewählte Nachfolger der neue König von Dressrosa wurde, beziehungsweise seine Familie. Aber das war nur bei 19 Königsfamilien so. In Alabasta war das anders. Der alte König war dann quasi auch der neue König, nämlich die Nefeltari-Familie. So soll es auch mit dem König gewesen sein, der dabei gewesen ist, als die Weltregierung gegründet wurde, beziehungsweise eine Königin namens Nefeltari Lilly. Und die Geschichte der Weltregierung, zumindest die offizielle ist, dass Lilly zurückgekehrt ist nach Alabasta und den Thron wieder bestiegen hat. Cobra bestätigt allerdings an dieser Stelle, dass das niemals passiert ist. Lilly ist niemals zurückgekehrt nach Alabasta und dass der Name Nefeltari weiter existiert hat, liegt daran, dass der kleine Bruder von Lilly den Thron bestiegen hat und somit die Blutlinie der Nefeltari-Familie fortgeführt hat, also der direkte Vorfahre von Cobra und Vivi. Daher möchte Cobra nun von den Gorosei wissen, was mit Lilly passiert ist. Die wissen aber nichts und sie sagen auch, in ihren Geschichtsbüchern steht da nichts darüber. Über das leere Jahrhundert wissen sie auch nichts. Und in den Geschichtsbüchern von Alabasta ist das ebenfalls der Fall. Es gibt im Grunde eigentlich nur einen Brief von Lilly an ihren kleinen Bruder. Dieser Brief wurde auch von Generation zu Generation, von König zu König in Alabasta weitervererbt. Und dort scheint es eine Information zum Clan der D zu geben. Heißt also, Nefeltari wusste etwas und eventuell weiß auch die Nefeltari-Familie etwas. Aber ich kann mir nicht so wirklich vorstellen, dass dort ein Geheimnis enthüllt wurde. Denn auch hier bekommen wir die Frage von Cobra an die Gorosei gestellt, was der Clan der D denn überhaupt eigentlich sei. Heißt keine Information, aber die Nefeltari-Familie weiß, dass irgendwie Nefeltari-Lili etwas mit dem Clan der D zu tun hatte. Vielleicht war sie sogar ein Teil vom Clan der D. Und der wahre Name der Nefeltari-Familie ist eigentlich Nefeltari-Die-Vivi, Nefeltari-Die-Cobra, Nefeltari-Die-Lili. Aber auch das ist nur eine reine Spekulation an dieser Stelle. Viel wichtiger ist jetzt die nächste Information, die wir bekommen, dass es gar nicht 20 Waffen sind von den 20 Gründer-Familien der Weltregierung, die in den Stein vor dem leeren Thron geschlagen wurden, sondern nur 19. Und an dieser Stelle haben wir zwei Dinge. Nämlich, Nefeltari-Lili ist nicht zurückgekehrt nach Alabasta, sondern verschwunden und hat sich nicht bereit erklärt, ebenfalls mit den anderen Tenryu-Bitu-Familien auf einer Stufe zu stehen. Heißt also, sie ist diesem Deal nicht eingegangen und könnte theoretisch dieser Diktator werden. Nämlich Imusama, wo wir wissen, dass er ja existiert. Das sind für mich schon mal zwei krasse Hinweise, dass Imusama Nefeltari-Lili sein könnte. Aber es kommt noch besser. Und jetzt komme ich nämlich zu dem Foreshadowing, das wir hier in Kapitel 906 bekommen haben. Und was leider bei uns in der westlichen Welt ein klein wenig untergeht. Und zwar, Oda hat einen Namen romanisiert. Das hat er früher schon mal getan, beispielsweise bei dem Charakter X-Drake, der eigentlich D.S. Drake ausgesprochen wird. Genau wie sein Vater D.S. Barrels. Und damals in Kapitel 906, und ich weise noch einmal darauf hin, das erste Auftreten von Imusama, was ich denke, damit etwas zu tun hatte, wurde der Name Nefeltari romanisiert. Und zwar nicht in Nefeltari, sondern Nefertari. Also das L wird zu einem R in der Aussprache. Und dieses Konzept hatten wir bei Echiro Oda schon einmal mit dem Namen Raftel, der dann später zu Laugh Tale wurde. Also die Lachgeschichte, die letzte Insel der Grand Line, wo sich One Piece befindet. Oda nutzt hier den gleichen Trick noch einmal. Aber warum ist das so wichtig? Warum ist das so wichtig, dass Nefeltari jetzt Nefertari ausgesprochen wird? Nun müssen wir ins alte, antike Ägypten zurückkehren. Denn dort gibt es tatsächlich einen Gott, der ganz einen ähnlichen Namen hat. Und zwar Nefertem. Nefertem. Und dieser Gott war zum einen der Gott von Balsam, aber es war auch ein jugendlicher Gott. Und dieser Gott hatte eine Krone auf dem Kopf. Eine Krone, die man ziemlich ähnlich mit der von Imusama vergleichen kann. Natürlich dürfen wir nicht vergessen, dass Imusama auch noch eine Kutte trägt. Deswegen erkennen wir diese Krone darunter nicht so wirklich. Nefertem hatte eine Krone, bestehend aus einer blauen Lilie. Und hier passt natürlich auch der Name Lilli wieder dazu. Denn Lilli basiert ja auf der Blume Lilli. Und wir haben hier eine blaue Lilie. Und wir wissen ja, dass Nefeltari Vivi blaue Haare hat. Könnte also auch sehr stark sein, dass Lilli damals blaue Haare hatte. Und mit der blauen Lilie eben assoziiert wurde. Und vielleicht eine blaue Lilie auf dem Kopf trug. Wenn wir nun tatsächlich davon ausgehen, dass Lilli so eine Krone trug und immer noch als Imusama trägt. Und das auch der Grund ist für diese komische Kopfform, die eine Krone ziemlich ähnlich sieht. Haben wir hier einen weiteren Hinweis. Des Weiteren bleiben wir doch im antiken Ägypten. Für was waren die Pharaonen dort bekannt? Richtig, sie waren nicht nur einfache Könige. Sie waren Gottkönige. Diejenigen, die zwischen Göttern und dem normalen Volk vermitteln sollten. Also quasi auch Propheten. Die einzigen, die mit den Göttern reden konnten. Und sie glaubten sogar, dass sie nach dem Tod selbst zu Göttern werden. In ein Reich kommen, wo sie ewig existieren. Und darauf haben sie sehr stark aufgebaut. Die Unsterblichkeit ist eine sehr große Komponente im Glauben und in der Religion der Ägypter gewesen. Und es gibt ja schon sehr lange Theorien, dass Imusama nicht gerade jung ist, sondern schon seit dem leeren Jahrhundert existieren könnte. Und das ist tatsächlich in der Welt von One Piece möglich. Denn wir haben eine Teufelsfrucht, die dies ermöglicht. Und zwar die Opeopenomie, die Operationsfrucht. Wie uns in Dressrosa nämlich Doflamingo erklärt hatte, kann man damit jemanden quasi unsterblich machen. Man kann ihm die ewige Jugend verleihen. Und da sind wir wieder bei dem Gott Nefertem, der ja jugendlich dargestellt wird. Und dadurch, dass er natürlich nicht mehr alternt, kann er natürlich auch keinem natürlichen Tod sterben. So zumindestens in der Theorie. Und ich denke, das könnte dann in One Piece auch eben dazu führen. Gehen wir davon aus, Nefeltari Lilly hatte damals jemanden gefunden, der die Operation der ewigen Jugend an ihr ausführt. Dadurch wurde sie quasi unsterblich und der damalige Nutzer der Opeopenomie starb natürlich. Wir denken natürlich immer noch daran, da Doflamingo das erwähnt hat, dass Trafalgar Law diese Operation jemals irgendwann ausführen wird. Aber da er ja eigentlich versprochen hat, Corazon, dass er lebt, kann ich mir das schwer vorstellen. Aber ich denke, die ganze Sache sollte uns nur aufklären, dass es eine Person in One Piece gibt, die unsterblich wurde durch die Operation der ewigen Jugend. Und somit immer noch existieren kann, seit dem leeren Jahrhundert, mal abgesehen von Sonisha, der als Elefant halt einfach ziemlich alt geworden ist. Als kleine Randnotiz könnte man hier auch noch die Fähigkeit der Opeopenomie nehmen, dass man den Körper ja mit jemandem anderen tauscht. Denn auch hier hat ja Doflamingo gesagt, dass die Opeopenomie auch sein Weg sein könnte, die Weltregierung zu beherrschen. Eventuell den Platz von Imusama einzunehmen und dass der Schatz von Mary Joa tatsächlich Imusama sein könnte. Oder eventuell der mystische Raum, wo sich Imusama aufhält und dort hatte Doflamingo vielleicht mal als Kind einen Blick riskieren dürfen. Also das kann man hier auch sehr gut kombinieren. Doch gehen wir doch mal einen Schritt weiter. Was haben die Pharaonen gemacht, als sie quasi in die ewige Existenz übergegangen sind? Sie haben ihre Körper genommen und in Pyramiden begraben, mumifiziert, damit diese Körper die Zeit über dauern. Und so etwas ähnliches haben wir in Mary Joa mit dem Kühlraum, der sich unter dem Palast Pangea befindet, wo wir auch den großen Strohhut gesehen haben. Auch eine Kühlkammer ist dafür eigentlich bekannt, einen Körper ja im Ausgangszustand zu behalten, damit dieser nicht schnell altert. Und das könnte sogar theoretisch sein, dass der wahre Körper von Nefeltari Lili sich immer noch dort befindet, sofern sie ihren Körper irgendwann einmal getauscht hat. Das könnte auch ihr großes Interesse an Nefeltari Vivi erklären, denn in Kapitel 908, bevor quasi Imusama sich auf den leeren Thron gesetzt hatte, hatte sie ein Bild von Vivi. Und hier könnten wir beide Kombinationen kombinieren. Und zwar zum einen, es ist ihre Nachfahrin, die ihr vielleicht sogar komplett aus dem Gesicht geschnitten ist, wenn sie Nefeltari Lili ist. Oder sie sucht gerade einen neuen Körper für sich und nimmt dann einfach ihre Nachfahrin Nefeltari Vivi dazu. Natürlich ist das reinste Spekulation mit Vivi, aber ich denke, es hat schon alles miteinander zu tun. Und dass speziell ein so bekannter Charakter Vivi in Kapitel 906 nochmal vorgestellt wird, mit einer geänderten Aussprache ihres Namens, das kann kein Zufall sein, wenn im gleichen Kapitel das erste Mal Imusama auftaucht. Oder was glaubt ihr? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich habe noch einen kleinen weiteren Hinweis, der eine lange Frage endlich beantworten könnte, sofern Nefeltari Lili Imusama ist. Und zwar das Porno-Klüf auf Alabaster, was der Nefeltari-Familie gegeben wurde. Wir wissen, dass die Porno-Klüfe von Joy Boy gemeißelt wurden und dann verteilt wurden in der Welt. Beispielsweise die Road-Porno-Klüfe, um eben Laugh Tale zu finden, um das One Piece, was ebenfalls Joy Boy versteckt hat, zu finden für den nächsten Joy Boy. Und er hat Porno-Klüfe hinterlassen, wo man die antiken Waffen finden kann. Und wir wissen auch gleichzeitig, dass die Weltregierung sehr scharf auf die antiken Waffen ist. Beispielsweise der Enis Lobby Water 7 Arc, wo es ja um die Pläne der Bluton geht, eine der antiken Waffen. Und Bluton ist hier das richtige Stichwort, denn auf diesem Porno-Klüf in Alabaster stand kein Entschuldigungsschreiben wie auf der Fischmenscheninsel oder irgendeine banale Information, sondern der Standort der Bluton. Doch die große Frage, die man sich stellen muss, wenn Joy Boy der Feind dieser 20 Koenigsfamilien gewesen ist, warum sollte er einen seiner Feinde, die Nefeltari-Familie, dieses Porno-Klüf geben? Wenn das aber unabhängig ist, nämlich sein Feind Nefeltari-Lili war, aber ihr kleiner Bruder von der Nefeltari-Familie, also die Blutlinie, fortsetzt hat, nicht sein Feind war, aber sein Vertrauter, vielleicht sogar sein Freund gewesen ist, macht es durchaus Sinn, warum er dort eines der Porno-Klüfe versteckt hat. Und zwar ein sehr, sehr wichtiges. Und auch hier haben wir wieder einen ähnlichen Hinweis, denn hier kommt auch wieder das Bild von Vivi in Anspruch und wir dachten auch lange Zeit, Vivi könnte etwas mit einer antiken Waffe zu tun haben. Gut, indirekt über die Nefeltari-Familie und diesen Porno-Klüf von Alabaster hat sie das natürlich, aber das erklärt nun endlich auch ihr Bild bei den Bildern, die Imsama sich angeschaut hat. Sie hat sich natürlich die Steckbriefe von Marshall D. Teach und Monkey D. Ruffy angeschaut, zwei Charaktere, die gerade für viel Aufsehen in der Welt gesorgt haben und ein D. im Namen tragen. Erinnern wir uns zurück, in dem Brief an die Nefeltari-Familie, die weiter vererbt wurden, den auch Cobra gelesen hat, geht es ebenfalls um den Clan der D. Wir haben Shirahoshi gesehen, wenn Imsama wirklich so alt ist, vielleicht sogar Nefeltari-Lili ist aus dem verlorenen Jahrhundert bzw. der Gründung der Weltregierung, weiß sie natürlich, wer Poseidon sein könnte. Damals war es nämlich die Meerjungfrauenprinzessin und es wäre doch kein Zufall, wenn die nächste Meerjungfrauenprinzessin mit Shirahoshi die nächste Poseidon sein könnte. Wenn wir jetzt diese Verknüpfung ziehen, Lili ist in Wirklichkeit Imsama, macht es natürlich Sinn, warum sie ein Bild von Vivi hatte, unabhängig von antiken Waffen oder dem Clan der D. Und damit eigentlich auch ganz zufrieden war, denn die anderen Bilder von Shirahoshi oder die Steckbriefe hat sie ja zerschnipselt oder sogar mit einem Schwert durchbohrt. War also nicht so zufrieden mit diesen Bildern, so mindestens könnte man das so ausdrücken. Wir bekommen auch im aktuellen Kapitel 1084 eine Silhouette von Nefeltari-Lili, was eine gewisse Ähnlichkeit zu Imsama hat. Und natürlich der größte noch dazu Hinweis am Ende, nämlich Imu taucht am Ende selbst aus, hat gar keine Skrupel vor, Kobra sich auf den leeren Thron zu setzen und sagt das Wort Lili. Heißt also, Imsama weiß, was mit Lili passiert ist oder ist sogar Lili oder zumindest weiß sie, was eben mit Lili los ist. Und ich finde, das ist eine absolut gute Theorie aktuell. Vielleicht ist es nicht die beste Imu-Sama-Theorie, weil es doch alles so ein bisschen runterkocht. Das ist nicht der große Twist, den man erwartet hat, dass Imu eventuell Rocks-Dieser-Back ist oder Joy-Boy oder vielleicht eine andere große Persönlichkeit, die wir schon kannten, sondern hier ein komplett neuer Charakter. Und da müssen wir natürlich erstmal verstehen, wer war denn eigentlich Nefeltari-Lili? Und ich hoffe, dass wir das vielleicht sogar schon in den nächsten Kapiteln oder spätestens, wenn das große Geheimnis enthüllt wird, dass Rio Pornoglüh die Geschichte über das leere Jahrhundert, dann genau verstehen, wer Nefeltari-Lili damals gewesen ist. Es gibt noch das Gegenargument, dass Imu natürlich viel größer ist als Nefeltari-Lili. Okay, wir wissen bei beiden Charakteren nicht, wie groß die waren und Größe in One Piece ist immer ein bisschen relativ. Normale Menschen können auch ohne Probleme drei bis fünf Meter groß werden. Katakuri ist ein gutes Beispiel. Auch Big Mom hatte eigentlich normal große Eltern und wurde auch einfach nur mal riesig und ist auch weiterhin ein ganz normaler Mensch. Und das kann natürlich auch in der Nefeltari-Familie so gewesen sein. Vielleicht waren die auch einfach vor 800 Jahren größer und haben sich dann kleiner entwickelt. Wer weiß, wie es damals war? Wir auf jeden Fall nicht. Und es gibt ja auch laut Cobra keine Aufzeichnungen. Mir gefällt diese ganze Theorie ziemlich, ziemlich gut, weil man hier viele Theorien wieder verknüpfen kann. Beispielsweise Imusama ist eine Frau, was natürlich darauf basiert, dass sie eine ziemlich feminine Wirkung hat in ihren Bewegungen und allgemein ihrem Körperbau. Es erklärt diese riesige Krone, die sie unter der Kutte trägt mit der blauen Lilie, die dann auch der Gott Nefertem getragen hat. Hier auch die Verbindung zum Namen Nefertari. Ich weiß, ich sage immer noch öfters Nefeltari, aber Nefertari ist hier die richtige Aussprache von Oda gewählt in Kapitel 906. Passenderweise zum ersten Auftritt von Imu. Ich sage es euch wie es ist, das ist kein Zufall. Und wir haben natürlich auch noch die Kombination der Unsterblichkeit mit den Pharaonen aus dem antiken Ägypten und der Opo-Penomie, wo wir uns alle sicher sind, dass diese Operation zumindest einmal in der Welt von One Piece ausgeführt werden musste, damit wir überhaupt wissen, dass diese Operation existiert. Und Imusama ist für mich der Top-Kandidat, wenn es darum geht, dass diese Operation ausgeführt wurde. Was haltet ihr von dieser Theorie? Habt ihr vielleicht sogar noch Gegenargumente oder sagt ihr, das passt ja eigentlich wie die Faust aufs Auge? Ich bin auf euer Feedback gespannt und wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal für mehr One Piece Theorien und natürlich viel mehr One Piece Content. In diesem Sinne bedanke ich mich bei euch für euer Einschalten und Zuhören. Bleibt gesund, bleibt am Leben, bleibt One Piece gewogen, bleibt mir gewogen. Ade! EINH 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 EINH